Wir wollen keine Band gründen und suchen noch keinen Rockstar, sondern wir suchen einen Mitarbeiter, der mehr kann als nur rumstehen. Du besitzt gute Fachkenntnisse und kannst folgende Fragen mit Ja beantworten. Bist du hilfsbereit? Hast du einen Führerschein? Du bist teamfähig, kein Spiegelverderber. Auch mal für den Spaß zu haben? Dann nimm diesen Platz ein, denn wir suchen dich!